Hallöchen und herzliche Grüße aus San Miguel de Allende, der schönsten kleinen Stadt der Welt. In diesem Video möchte ich dir T4 Pro, das T4 Pro System, näher bringen und dir erklären, wie man über T4 Pro 4- bis 5-stellig dazu verdienen kann und sein vorhandenes Kapital schnellstens vermehren kann und das auf sichere Art und Weise. Sei also gespannt und bleib bis zum Schluss dabei. Ja, ich versuche mich auf jeden Fall mal kurz zu halten, damit du in kompakter Weise die Information zu hören und zu sehen bekommst. Um ganz genau Bescheid zu wissen und die Dinge zu erfahren, die zu erfahren sind, empfehle ich dir natürlich unser Buch, das Krisenparadies, unbedingt zu beziehen und zu lesen, weil dort geht es dann ums Detail, ist aber nicht besonders kompliziert, keine Panik. Ist ein Buch, das hat man in 3-4 Stunden locker durch und es gibt es auch als Hörbuchvariante, das ist schon mal vorweg. Und dann natürlich wirst du eingeladen zu unseren Webinaren, wo dann alles bis ins Detail erklärt wird. Dazu soll das Video jetzt hier nicht dienen. Es soll dich eigentlich nur neugierig machen. Und ich wünsche dir, dass du neugierig wirst, weil es ist so toll und ich wünsche dir, dass du dies nutzt und es geht es. Also gleich mal vorneweg und das gilt jetzt für alle Menschen, die Kapital haben erst mal. Es gibt aber auch Wege, wie du hier ohne bzw. mit sehr wenig Kapital mitmachen kannst. Also wir haben für jeden ein optimales Produkt sozusagen zur Verfügung. Aber jetzt erst mal für die Leute, die halt ein bisschen Geld in der Tasche haben, was die hier erwarten können. Und das geht es jetzt erst mal im ersten Schritt. Also T4 Pro praktiziert seit Jahren die Einnahmen und Geldgewinnung, Geldgenerierung, Geldvermehrung über vor allem drei Punkte. Ja, der erste Punkt ist der, der am wenigsten berücksichtigt wird, aber auch berücksichtigt wird, so circa 20 Prozent. Das ist das Gebiet Immobilien, Immobilienbeteiligungen, Geschäftsbeteiligungen und so weiter und so fort. Der zweite Punkt finde ich zum Beispiel schon mal sehr interessant, weil da geht es um Trading, um also Verkauf und Kauf von Kryptowährungen und damit Gewinne erzielen. Wir haben das Glück mit Ralf Waldenmaier einen der Weltweit besten Prognostiker und Analytiker an Bord zu haben. Das ist quasi auch der Inhaber von dieser Plattform, der mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, wie sich der Kurs des Bitcoin zum Beispiel und anderer Coins entwickelt. Davon können wir profitieren und zwar für Short-Term-Diagnostik, also Day-Trading, ja also täglich, ja, und auch Long-Term, also über längere Zeit. Du kannst dich also auf seine Prognosen verlassen, aber du bekommst nicht nur seine Prognosen, du bekommst auch das Wissen, damit du selbst das kannst, ja. Das heißt, du lernst hier, das ist ja eine System-Coaching-Plattform, du lernst hier selbst das Traden und zwar so, wie es Ralf Waldenmaier tut, einer der weltweit besten Trader, erfolgreichsten Trader mit den höchsten Gewinnen. Das heißt natürlich folgendes, wenn du jetzt ein Kapital zur Verfügung hast, egal welcher Betrag, dann gibst du ihn nicht aus der Hand uns oder so oder irgendjemand, sondern du lernst dein Geld auf den Plattformen wie zum Beispiel Binance oder anderen entsprechend einzusetzen und selbst das Training zu erlangen, damit du es einfach selbst kannst. Und es wird dir so vermittelt, dass du es leicht verstehen kannst. Und du bekommst natürlich die Prognosen von Ralf regelmäßig zugesandt, beziehungsweise im Dashboard erscheinen die und dann kannst du selbst sehen und erkanntlich kannst du beobachten, ob sie zutreffen oder nicht. Du kannst auf seine alten Prognosen zurückgreifen und schauen, ob sie gestimmt haben oder nicht. Und du wirst feststellen, sie haben zu über 95% gestimmt. Das Schöne, das Ganze ist nicht irgendwie anonym, dass du irgendwie alles anonym hast. Du hast hier Menschen zum Ansprechen, zum Anfassen. Es ist ein sehr familiäres Miteinander innerhalb von T4 Pro. Und du hast auch immer Ansprechpartner wie Ralf Waldenmeier persönlich, sein Team und natürlich auch mich. Das Trading macht bei uns, weil wir möchten ja immer schön balancieren, das Trading macht bei uns ca. 30% des Gewinnvolumens aus. Also Immobilien 20%, Trading 30%. Was sind nun die 50%? Das kommt jetzt. 50% unserer Einnahmen erzielen wir mit Marketing. Hast du schon mal sowas gehört, dass Leute als Investment, Marketing beziehungsweise Marketing als Investment betrachten, direkt zur Geldvermehrung? Hast du nicht wahrscheinlich. Aber ich sag's dir, ey Luis, aber ich sag's dir, es ist so. Also 50% unserer Gewinne erzielen wir über Marketing. Wie das funktioniert, das kommt jetzt. Die Systemcoaching-Plattform T4 Pro gewinnt Einnahmen über den Verkauf oder den, wie sagt man da, den Verkauf, sag ich mal, von Mitgliedschaften. Es gibt mehrere Mitgliedschaftsstufen und entsprechend deiner Mitgliedschaft hast du entsprechende Leistungen drin, die du nutzen kannst, wie Short-Term Trading, Long-Term Trading und Marketing und, und, und. Also je nachdem, welche Mitgliedschaft du wählst, entsprechend hast du Inhalte, die dich weiterbringen, die dir dienen. Die Mitgliedschaften sind vergleichsweise günstig, verglichen mit dem, was du hier bekommst. Zusätzlich zu Trading und Immobilien erzielen wir Einnahmen über Mitgliedschaften, die quasi erwerben werden. Das sind alles Einmalbezahlungen, ja. Und dann hast du halt entsprechende Leistungen. Wie werden jetzt diese Mitgliedschaften verkauft? Beziehungsweise wie werden Menschen, die diese Mitgliedschaften lösen, gefunden? Einen durch Weiterempfehlungen, ja, online wie auch offline, also auch im bekannten Freundeskreis, wenn man das will, ja. Aber zum Hauptteil über Marketing, das heißt über Werbeanzeigen, die quasi von Profis von T4 Pro selbst geschalten werden. Entsprechend deiner Mitgliedschaft, die du löst, beinhaltet deine Mitgliedschaft eine gewisse Menge an sogenannten MMPs. M-M-P. Ja, Marketing Managed Package. Ja, und das heißt, es ist ein Paket, ein Marketing Managed Package im Wert von 200 Euro, für welches für dich Werbung geschaltet wird und es werden dann für dich neue Partner gefunden, die eine Mitgliedschaft lösen. Und du erhältst dann eine schöne, saftige Provision. Ja, wie das Ganze genau funktioniert, wie gesagt, dazu empfehle ich dir unser offizielles Webinar. Ja, das soll erstmal bis hierher dienen. Also unser MMP, unser Marketing Managed Package ist absolut ein Alleinstellungsmerkmal, was es sonst nirgends gibt. Es werden quasi für dich neue Mitglieder und Partner gefunden, die eine Mitgliedschaft lösen und du erhältst dadurch eine Provision. Wie geil ist das denn, liebe Leute? Das heißt, wenn du Kapital hast, dann kannst du hier mit Geld machen über Trading, über Immobilien, über Marketing und über EPP. Das heißt, Beteiligungen an den Gewinnen von T4 Pro selbst. Nun kommen wir zu den Menschen, die wenig oder gar kein Geld haben oder fast kein Geld. Für die haben wir Einstiegsmöglichkeiten, verschiedene Stufen und da kann sich jeder dann eine raussuchen, eine Stufe. Und wenn du in Deutschland oder Österreich lebst und dort gemeldet bist, dann wird es sogar für dich noch zusätzlich Geld verschafft, damit dir das Weiterkommen noch einfacher fällt. Du hast jetzt also einen Einblick bekommen, was T4 Pro ist. Die Systemcoaching-Plattform, die dich coacht, die dich weiterbringt, die dir wertvolles Wissen vermittelt, dich an die Hand nimmt, damit du dein Geld vermehren kannst. Und zwar auf sichere, balancierte Art und Weise, damit du quasi immer gewinnst und nie verlierst. Und zwar mehrprozentig pro Monat. Natürlich kann T4 Pro niemals sagen, du bekommst über uns 2, 3, 4, 5 Prozent oder sowas pro Tag oder pro Woche oder was auch immer. Das ist abhängig und es schwankt. Aber es gibt Durchschnittswerte, die man auf jeden Fall mal erfahren kann. Ich habe aber in diesem Video nicht preisgeben möchte. So, jetzt hast du einen gewissen Überblick. Jetzt kommt der Part, wenn du jetzt mit wenig einsteigen kannst, weil es halt nicht möglich ist. Ja, ist ja alles in Ordnung. Guck mal die schöne Kirche da im Hintergrund. Wenn du mit wenig einsteigen kannst, dann geht es folgendermaßen. Du kannst MMPs haben. Es kommt nach der Mitgliedschaft drauf an, wie viele MMPs du erhältst. Also Marketing Managed Packages. Die unterstützen natürlich den Aufbau deines Geschäftes enorm. Aber je weniger MMPs du hast, desto weniger Unterstützung hast du. Das heißt, wenn du verstanden hast, welches Potenzial dieses Systemcoaching von T4 Pro hat, ja, wenn du das verstanden hast und erfasst hast, ja, dann erkennst du das Potenzial, was du weiterempfehlen kannst, was du anderen Menschen gönnen kannst, damit sie dieses Systemcoaching nutzen, ja. Und wenn du einen Menschen für T4 Pro begeistern kannst, was du gar nicht machen musst, ja, weil du empfiehlst eigentlich nur das Buch, ja, das Krisenparadies für Schlappe 499 anstatt 2999, das gibt es auch als Hörbuch, ja. Du empfiehlst eigentlich nur das Buch, ja, den Rest lässt du T4 machen, ja. Das heißt, wenn du wenig zur Verfügung hast, dann musst du selbst etwas mehr aktiv werden und dir überlegen, wem du T4 Pro Systemcoaching gönnen möchtest, da sie hier dabei sein können, ja, und ihr vorhandenes Kapital vermehren können. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft sie lösen, entsprechend erhältst du dann eine Kommission. Falls du dann in der Lage bist, MMPs zu ordern, das kannst du auch zusätzlich ordern, dann hilft dir natürlich dieses enorm, um dein Business noch besser, noch schneller, noch toller aufbauen zu können. Das heißt, du hast hier Hilfe von uns, wir machen auch Marketingkürse, wie du vorgehen kannst, um neue Mitglieder finden zu können, ja, und so weiter. Du bist also bei uns gut aufgehoben, du wirst von uns an die Hand genommen, vorausgesetzt, wir erfahren und sehen, dass du auch wirklich willst, ja. Wenn wirklich ein Wille da ist, dann wirst du von uns an die Hand genommen und wir helfen dir, dass du dorthin kommst, wo du hin möchtest. Und zwar auch auf diese Seite von TR4 Pro, damit du eben auch investieren kannst und dein gewonnenes, vorhandenes Geld dann vermehren kannst und von uns entsprechend dorthin geführt wirst. Was hältst du davon? Besser geht es nicht, liebe Leute. Ich denke, wir haben hier für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel was dabei. Es geht schon mit 50 Dollar los und es endet im Moment bei 250.000 Dollar, also innerhalb dieses Spektrums hast du die Wahl. Und natürlich, je höher du einsteigst, desto mehr Vorzüge und Hilfe bekommst du. Wenn du so hoch einsteigst, dann musst du eigentlich gar nichts mehr tun, weil dann wird dir alles abgenommen, dann wird dir komplett alles abgenommen. Und du kannst dich nur noch zurücklehnen und dich freuen darüber, wie die Kasse klingelt, sozusagen, ja. Und je niedriger du einsteigen kannst, desto, oder sagen wir mal, ja, aufwendiger ist halt der Weg, logischerweise, weil du etwas selbst tun musst. Aber das kann auch sehr schön Spaß machen, vor allem, wenn man ein tolles Produkt hat, ja. Was man gern und mit gutem Gewissen weiterempfiehlt, weil man verstanden hat, dass es überhaupt nichts Besseres da draußen gibt. Und auf einem Markt, in dem fast alles Betrug ist, ja, haben wir ein Business, welches zum Anfassen ist. Die Menschen, die dabei sind, kannst du alle anfassen. Den Inhaber, Ralf Waldenmeier, kannst du anfassen. Mit dem kannst du reden, mit dem kannst du alle deine Fragen stellen. Betrug ist bei uns gar nicht möglich und komplett ausgeschlossen. Stimmt habe ich jetzt noch was vergessen, was ich noch erklären könnte. Aber ich denke jetzt mal, das war so ziemlich die Essenz, alles, was wir sowieso nicht verstehen und aufnehmen können bei den vielen Informationen in kürzester Zeit, ja. Das heißt, ich empfehle dir jetzt unter diesem Video, findest du eine Möglichkeit, das Buch zu beziehen, ja, über einen Link, beziehungsweise über ein Formular, je nachdem, wo du dieses Video eben findest. Dann kannst du das Buch beziehen, das ist der erste Schritt. Das heißt, dein erstes Invest beträgt ganze 4,99. Und damit du dir keine Sorgen machen musst, ja, dass du 4,99 in den Sand setzt, du hast eine einjährige Geld-Zurück-Garantie auf diese 4,99. Feind sich also, keine Sorge, du kannst bei uns gar nicht verlieren. Ich sage dir auch gleich, weshalb du bei uns überhaupt gar nicht verlieren kannst. Ein ganz, ganz wichtiger Grund, weshalb du bei uns gar nicht verlieren kannst, wenn du bei uns eine Mitgliedschaft löst, dann hast du die Möglichkeit, eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie auszulösen, welches strategisch nicht dumm ist, ja. Dann hast du zwar ein bisschen weniger MMPs zur Verfügung, aber du bist auf der sicheren Seite. Du darfst dann T4 Pro neun Monate Zeit geben. Und dann kannst du nach neun Monaten beurteilen, also diese Zeit musst du T4 Pro geben, ja. Und dann kannst du nach neun Monaten beurteilen, also das ist jetzt ein Kalter gewesen, das ist gar nichts. Ich will meine Kohle zurück. Und dann bekommst du anstandslos, ohne Begründung, dein Geld zurückerstattet, ja. Genau, in diesem Sinne. Manche machen so, sie holen sich die Mitgliedschaft mit weniger MMP, mit 100%iger Zufriedenheitsgarantie und kaufen sich halt noch 2, 3, 4, 5, 6 MMPs obendrauf dazu. Dann haben sie richtig fett MMPs, die dann für neue Mitglieder sorgt, ja. Und dadurch mit Provisionen auslöst, ja. Und haben aber die Sicherheit, ihre einmalige Mitgliedschaftsgebühr nicht zu verlieren. Das heißt, du kannst bei uns eigentlich nicht verlieren. Du kannst nur profitieren, weil durch die Mitgliedschaftsgebühr bekommst du ja Kurse. Du bekommst Material, welches dir dient für dein ganzes Leben, ja. Bekommst du hier Material zur Verfügung, in dem du wertvolles Wissen ansammeln kannst, welches tatsächlich deutlich mehr Wert hat, als du für die Mitgliedschaft bezahlst. Also es gibt eigentlich gar nichts zu überlegen. Es ist ein definitiver No-Brainer, schon allein wegen der 100%igen Zufriedenheitsgarantie. Also liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Zuschauer. Was überlegst du noch? Woran machst du jetzt noch rum und hast noch deine Zweifel? Es gibt überhaupt gar keinen Grund, schon allein auf unsere Garantien, die wir aussprechen, auf unsere Geld-Zurück-Garantien. Also du hast überhaupt keinen Grund zu zweifeln und dieses wundervolle Business, welches dir Freiheit, finanzielle Freiheit verschaffen kann, ja. Und noch vieles mehr, ja, dass du das nicht ausprobierst jetzt. Also dann muss ich sagen, dann bist du selbst schuld, wenn du diesen Kelch an dir vorüberziehen lässt und weiterhin im dümmsten Fall arbeiten gehst und eine Arbeit hast, die dir gar nicht gefällt oder sowas, ja. Oder ein anderes Business machst, was sich dann eventuell noch als Betrug herausstellt oder wie auch immer. Komm zu uns, du bist hier richtig im richtigen Boot. Hier wirst du geholfen. Ja, wie du vielleicht bemerkt hast, wenn du aufmerksam zugehört hast, wir haben nochmal eine ganz besondere Vorgehensweise, die es sonst da draußen eigentlich auch gar nicht gibt. Weil du kannst bei unseren Webinaren eigentlich nur mitmachen, wenn du als Voraussetzung das Buch holst. Weil das zeigt uns deine Ernsthaftigkeit, ja. Da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit vorhanden. Und so vermeiden wir alle, die nur was abgreifen wollen oder das nicht ernst meinen, halt aus irgendeinem Gründen, ja. Wir wollen ernsthafte Menschen haben, die auch 4,99 ausgeben möchten, ja. Und dann sind das schon mal bessere Kandidaten, mit denen wir uns auch gerne dann näher beschäftigen. Das heißt, bei uns geht es nur über das Buch, ja. Das ist eine tolle Strategie, finde ich. Du musst erst mal das Buch kaufen, damit du überhaupt an unseren Webinaren teilnehmen kannst. Das finde ich schon mal als Basis schon mal extrem gut, dass wir so vorgehen. Nicht einfach nur wie alle anderen zu irgendwelchen Webinaren einladen, ganz blind. Geholfen. In diesem Sinne, unter diesem Video jetzt das Buch anfordern und in unsere Webinare kommen. Alles Liebe, hier war dein Klaus Anton Mayer. So, zum Schluss noch, zeige ich dir eine wunderschöne Gasse hier in San Miguel de Allende. Ich finde diese Gasse besonders malerisch. Ja, bellende Hunde kann es hier immer mal irgendwo geben. Und nun darfst du deine Entscheidung treffen. Lass diese Chance an dir vorüberziehen. Oder hol dir jetzt das Buch. Gehe das Risiko ein und investiere 4,99 in dein Wissen. Gehe das Risiko ein und investiere 4,99 in dein Wissen. Ja, little I am, was she?, to Gona. He followed her to school one day. Ja, geht's. Glock. Am.